Hi und herzlich Willkommen zum Let's Play von... Schnellsteilfassen wollte ich gerade sagen. Life is strange. Im letzten Part sind wir ja hier stehen geblieben. Erst hatten wir ja den Nathan in die Pfanne gehauen, aber das hat nicht so funktioniert. Also würde ich sagen, hauen wir jetzt den David in die Pfanne, oder? Guck, den David in die Pfanne? Da, David hat sie gemobbt. Den David Madsen hier, aus der Madsen Family. Wir hatten ja beim letzten Mal, Nathan gab ihr K.O. getroffen. Und was hat er gemacht? Er hat uns beschuldigt, dass wir uns nicht glauben können. Das hast aber Nathan gesagt. Das ist... Mr. Madsen was bullying, Kate. Oh, grow up. Excuse me, I was there. I saw you getting in her face. You have no idea what you saw. Kate Marsh was involved with a bad crowd. I was trying to find out who. Kate had a double life. I was super shocked when I found out. No, you were part of the crowd. And like I said, I personally saw David Fissel. I was trying to find out who I was trying to find out. You lie and little. Shh. Are you going to take this junkies word over your security officer? I know she smokes and deals marijuana. That has nothing to do with Kate. Max, I'm afraid this won't be solved here without proof and a thorough investigation. Now, if you have anything else to say. Excuse me. I think Max and Nathan need a break. That can be watched. I think it's a big deal. It's a big deal. It's a big deal. I think I'm going to get to the show. Yes. I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. Alright, Miss Caulfield. So. Und. Jetzt haben wir noch Jefferson in die Pfanne? Ja. Der hat's auch verdient. Ja. Guck mal. Sie weinte wegen Jefferson B. Jefferson B. Jefferson B. Jefferson B. Jefferson B. Jefferson B. Oh, der Blick, der ist so nett. für any of this no on the contrary max was right to bring this up now i wanted to help but i guess i was too late well now this is problematic the publicity is rising and perhaps you shouldn't represent blackwell at the everyday heroes contest in san francisco are you serious i am we don't need any negative press about that event and we need to involve the academy in possible disciplinarian measures for you i understand there are bigger things at stake than me the life of a young girl for one maybe you should investigate other staff members max told me she knew things about mr madsen speak for herself everything we talked about here will be looked into all right miss caulfield please sign here to confirm what you've told us i'll continue this investigation from there tja jetzt kommt die frau ich würde sagen unterschreiben weil er hat jetzt was ich finde nämlich gar nicht wie willst du denn jetzt anschwärzen ein musst du jetzt anschwärzen entweder den metzen den witz kommt wieder mit dem mariohanna aus nation den kommt wieder mit dem mariohanna ja oder jefferson da bist du so super ich bezogen ist doch scheißegal für das mariohanna solange wir die bei heute erzählen dann mach das nation gab ihr k.o tropfen wenn du glaubst dass es besser ist oder david hat sie gemombt alles drei sind scheiße irgendwie kommen da eh nicht gut raus ich weiß es wäre eigentlich kate für kate eigentlich wichtig dass wenn wir auch wirklich sagen nation gab ihr k.o tropfen auch immer mit kate wenn sie das mitkriegt du toll mit der nothing happened ja 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 komm jetzt kannst du überspringen ich mein auch wenn wir danach ziemlich am arsch sein werden aber kate weiß wir haben es für sie ich meine was auch schon passiert pass auf die gehen jetzt raus und nächsten zieht sie jetzt irgendwo oben der ecke ich wüsste ich denke nicht gucken wir uns jetzt die planete acht mal ja ich kann es nicht glauben dass es passiert es war wirklich slow motion als ich die Hand genommen habe und dann konnte ich sie fühlen sie mich das war die größte Sache, die ich gesehen habe, niemals du bist, 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 du bist wie ist es gesagt? wie ist es gesagt? wie ist es? wie ist es? wie ist es? nur ein und halbmal ich meine, ich meine nicht zu sein, aber es ist etwas ominösses passiert heute prüfen, das und ich arbeite auf das, dass kate marsh ist mit rachel amber irgendwie mit nathan und mr madsen ich bin kein großer konspiratier, aber ich würde es nicht oh jesus oh jesus das das eich ver Was ist passiert? Oh mein Gott, die trennen sich jetzt. Nein, doch nicht. Wird der sich jetzt einen runter? Nee, ach so. Oh mein Gott, ich glaube, ich bin jetzt hier raus. Es war hier! Das war's für heute. Was lachst du? Ich glaube, die Episode ist vorbei. Ich glaube, die Episode ist vorbei auch. Ja. Gar nicht mehr kündigt, Johanna. Was für Ordner? Jetzt ist Kate dran. Das ist gruselig. Sehr, sehr gruselig. Und? Ja. Ich denke, Episode 2 ist vorbei. Ja. Oh mein Gott. Ich muss dazu sagen, dass die viel zu kurz war. Ja. Ich hab ja schon quasi alles fast gemacht, was man da machen konnte. Bestimmt kann man noch mehr machen, aber... Ja, ja. Wir hätten wahrscheinlich auch viel mal fotografieren können, wenn du dir mal überlegst, da waren wieder so einiges frei. Ne? Ja, trotzdem jetzt da rumlaufen und die ganze Zeit suchen, was man fotografieren kann. Das ist einfach Zeitverschwendung. Ja, das will keiner gucken. Wir haben in der Story auf jeden Fall gut weitergemacht, haben immer mal geguckt. Ja, aber ich... Ich mein, wir haben echt alle drei Sachen echt ausprobiert noch am Ende. Ja. Ähm... Das war so klar, dass die Kate sich umbringen will bei dem ganzen Gemobbe. Aber ich finde, das Spiel entwickelt sich so richtig so hardcore, so richtig Psycho-Hardcore. Da haben sie die jetzt in der Psychiatrie gebracht und wahrscheinlich noch fixiert oder so. Quatsch. Wieso nicht? Die haben sie einfach ins Krankenhaus gebracht. Ja, aber Leute, die sich versuchen umzubringen, werden erstmal in die Psychiatrie in die Geschlossenen gebracht und fixiert. Ja, sah doch gerade nicht so aus, oder? Sie lag ja unter der Bettdecke. Ja. Aber wie war... Was glaubst du, hat jetzt die Viktoria am Ende geweint? Ich mein, hier diese... Hieß die Viktoria? Ich glaub schon. Diese Oberticke da. Ja. Die saß ja jetzt am Ende auf dem Bett, hat die jetzt geweint, weil die geschockt war einfach, weil sie jetzt endlich kapiert hat, wie weit ihre Mobbing-Sache da gegangen ist, dass das beinahe ein Nebenmännchen gekostet hat, oder hat sie um Nathan geweint, weil er kurz davor stand, so gesehen jetzt den Arsch aufgerissen zu kriegen. Ich denke, wie der noch... Die hatten ein ganz anderes Problem. Und war deswegen. Die ist zum Beispiel schwanger oder sowas. Ich hätte jetzt gedacht, die Chloe, dass man wenigstens noch irgendwie das Video oder so sieht. Tja. Naja. Ach, vielleicht sehen wir es noch in den anderen Episoden. Ja, ist ja noch. Aber trotzdem, ich bin enttäuscht von der Länge. Ja. Ich denke mal, jede Episode, wenn wir so jetzt jede Episode let's playen. Die erste Episode hatten wir schon sieben Parts. Das hatte ich jetzt nachgeguckt. Das wären vielleicht auch so sechs bis sieben Parts. Sechs. Sechs? Ja. Ja. Ja, du bist ja der Technik. Das, ja. Und, ähm... Ja, ich meine aber Leute, ich habe jetzt gesehen, Leute, die das ja komplett durchgespielt haben schon, die haben auch nur so 25 Parts. Also das ist ein relativ kleines Ding. Aber ziemlich cool gemacht bis jetzt, finde ich. Also die Grafik finde ich immer noch klasse. Das heißt, wir haben im Prinzip jetzt Parts für eine ganze Woche. Na gut, für zwei Wochen. Aber dafür kommt dann am Ende vielleicht, wenn wir Glück haben, ist das passend so fertig, dass wir den Pokémon spielen können. Ja. Pokémon! Mond. Wollte ich schon mal erwähnt haben. Na gut, dann sage ich jetzt auch auf jeden Fall Dank für Susin. Xeno, der wackelt hier schon mit den Händen. Ich soll endlich aus der Parade fahren. Ja, kommt zum Schluss. Am Ende kommt der Trailer wahrscheinlich für den nächsten Part. Okay, dann Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, euch hat der Part, die Episode gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt auch fleißig in die Kommentare. Möchtest du noch irgendwas sagen? Ja. Ja? Nee? Hallo. Nee. Okay. Wann jetzt die nächste Episode 3 rauskommt, müssen wir nochmal gucken. Das ist wie bei Star Wars hier. Mit den ganzen Episoden. Okay, dann auf Wiedersehen und bye bye. Bye bye. Bye... Untertitelung des ZDF, 2020